Im heutigen Video will ich euch fünf Skripte zeigen. Es ist das Auftaktvideo einer Reihe, in der es jeweils um fünf weitere Skripte gehen wird, sodass ihr ein Gefühl dafür bekommen sollt, was für API-Skripte es eigentlich auf dem Roll20-Markt gibt. Diese API-Skripte könnt ihr dann verwenden, wenn ihr Pro-Member seid. Für die müsst ihr nichts bezahlen. Allerdings müsst ihr möglicherweise ein bisschen Code dazu lernen. Und ich zeige euch heute sozusagen die Anfänge, damit ihr wisst, ob es sich für euch lohnt, diesen Aufwand da reinzustecken. Bevor es losgeht, möchte ich Roll20 danken, dass sie dieses Video gesponsert haben. Wenn ihr euch entschließen solltet, API-Skripte zu installieren, ist das relativ einfach. Ihr könnt bereits bestehende Spiele auch von vor eurem Pro-Membership verwenden oder aber neue Spiele anlegen. Dann seht ihr hier, wenn ihr auf Einstellungen geht, hier API-Skripte. Klicken wir einmal drauf, seht ihr, welche Skripte bereits installiert sind. Am Anfang seht ihr nur die Script-Library und dieses New-Skript. New-Skript ist dafür da, dass ihr Skripte implementieren könnt, die nicht bei Roll20 autorisiert sind. Denn man kann natürlich auch eigene Skripte schreiben oder ihr guckt einfach mal auf GitHub oder so, was es alles an coolen Skripten bereits gibt, die möglicherweise nicht autorisiert sind, die aber euer Spiel nicht unbedingt deswegen gefährden, aber die aus irgendwelchen Gründen nicht in die Datenbank bis jetzt übernommen wurden oder vielleicht auch einfach nicht eingereicht worden sind. Der übliche Zugang zu euren Skripten ist also hier die Library. Ihr seht hier dieses Dropdown-Menü. Wenn ihr darauf klickt, dann seht ihr die verschiedenen Skripte und ihr seht, der Balken ist relativ lang. Es gibt ganz schön viele autorisierte Skripte, die ihr euch aussuchen könnt, um sie zu installieren. Was ihr auch sehen könnt, ist, dass einige jetzt hier bereits vorgenommen worden sind. Und zwar habe ich die Teleport-API bereits eingefügt, die Chat-Set-Attribute-API, Token-Mod und Roll20-AudioMaster. Das fünfte Skript, das ich euch zeigen möchte, das ist DoorKnocker und da kommt eine Besonderheit hinzu. Und zwar folgendes. Wenn wir DoorKnocker jetzt hier einmal eingeben, dann können wir es anklicken und dann muss man immer einmal nach ganz runterfahren. Man sieht hier auch schon den Syntax, was man also eingeben kann, zu großen Teilen zumindest, bei den meisten Skripten oder zumindest den Befehl, den man kennen muss, über den Help-Befehl im Chat hinterher im Spiel, um herauszufinden, was man damit alles machen kann. Gehen wir einmal ganz runter, steht hier jetzt also Add Script. Machen wir das, ist anders als bei den anderen Skripten es so, dass er einem sagt, es kommen noch weitere Skripte hinzu, die brauche ich, um das Ganze aufrufen zu können. Auch alle Skripte aus dieser Library. Und das sind einmal VectorMath, MatrixMath, PathMath und dann kommt, wie gesagt, die DoorKnocker-API selbst hinzu. Die anderen Sachen, die hatte ich ja gerade schon vorgestellt, Teleport, Chat-Set-Attributes, Token-Mod und AudioMaster. Was es auch noch dazu zu sagen gibt, ist, API-Skripte sind zu großen Teilen nicht von den Road20-Mitarbeitern selbst geschrieben worden. Auch die Dinge, die verifiziert worden sind, sind von normalen Usern geschrieben worden. Da gibt es einige große Namen, die die meisten dieser Skripte geschrieben haben und die wirklich Ahnung von der ganzen Sache haben. Aber das bedeutet auch, dass es sein kann, dass API-Skripte miteinander nicht vernünftig funktionieren, weil alle diese API-Skripte sozusagen immer Zugriff auf diese eine Kampagne nehmen. Und dann kann es natürlich zu konkurrierenden Code-Elementen kommen, weswegen die eine mit der anderen nicht harmoniert. Auch das ist ein Grund, warum einige Skripte nicht in die Library übernommen worden sind, weil sie mit zu vielen der offiziellen bereits konkurrieren. Und Road20 möchte natürlich, dass alle Sachen, die da drin sind, harmonisch miteinander funktionieren, damit der Normal-User nicht erst schauen muss, welche Skripte mit welchen funktionieren. Das bedeutet zusätzlich, dass die Skripte, die ihr findet, jeweils eine Art eigenen kleinen Code haben, wie man sie verwendet. Und die sind von Codeschreiber zu Codeschreiber möglicherweise unterschiedlich. So wie jeder eine eigene Handschrift hat, hat auch jeder seine eigene Art, Code zu schreiben. In großen Teilen sind die Sachen natürlich gleich. Aber wenn es dann um die Benennung bestimmter Befehle gibt, also was man eingeben muss, dann hat jeder seine eigene Logik. Und ihr müsst diese Logik von dem Codeschreiber natürlich erst einmal lernen oder kennenlernen, um sie zu verstehen, um sie anwenden zu können. Ihr müsst nicht den ganzen Code kapieren, aber ihr müsst zumindest wissen, wie die Befehle heißen. Und das macht den Umgang mit API-Skripten eigentlich ein bisschen komplizierter. Und das ist auch das, wo ihr euch Gedanken drüber machen müsst. Denn das Erlernen einer API kostet natürlich auch Zeit. Das, was man hinterher damit machen kann, ist im Prinzip das Spiel extrem zu beschleunigen, in bestimmten Art und Weisen, für die ihr sonst einige Klicks bräuchtet oder aber auch ganze Prozesse dadurch jagen könnt. Ich zeige euch nachher mal, was das im Großen und Ganzen so bedeuten kann. Aber ihr müsst natürlich vorher viel Aufwand reinstecken, den ihr nicht in eure Spielvorbereitung steckt, sondern nur, um bestimmte Prozesse im Spiel hinterher zu beschleunigen. Das muss euch also auch immer klar sein. API-Skripte sind eine schöne Sache und sie beschleunigen das Spiel definitiv. Aber sie kosten euch vorher möglicherweise eine ganze Menge Zeit. Und es dauert auch ein wenig, bis ihr es geschafft habt, diese Zeit wieder rauszuholen, dadurch, dass ihr es im Spiel beschleunigt bekommen habt. Dafür habt ihr aber auch den Riesenvorteil, dass gerade dann, wenn viele Klicks notwendig wären, ihr mit einfachen Klicks und ganz einfachen Makros alle möglichen Probleme ganz schnell aus der Welt für euch schaffen könnt. Und das ist natürlich immersionsfördernd und bringt eure Spieler und euch nicht erst aus dem Spiel raus, weil ihr erst den einen Token anklicken müsst oder das eine Makro verändern müsst oder diese ganzen merkwürdigen Befehle eingeben müsst, bis ihr an eurem Ziel angekommen seid. Was ihr übrigens auch noch auf diesem Bildschirm hier sehen könnt, ist dieses Restart-API-Sandbox. Das bedeutet, alle Skripte, wenn die jetzt nachher miteinander arbeiten, werden hier in diese API-Output-Konsole reingefügt. Und es kann möglicherweise mal sein, wenn irgendwas nicht mehr vernünftig miteinander harmoniert oder ein API-Skript einfach nicht mehr funktionieren möchte, dass es hier irgendwo zu einem Fehler gekommen ist, weil die Sachen nicht miteinander funktioniert haben oder aus sonstigen Gründen, weil irgendetwas abgeschmiert ist. Dann könnt ihr auch im laufenden Spiel einfach einmal zusätzlich in dieses Menü reingehen, wo ihr die API-Skripte bearbeiten könnt. Geht hier einmal auf Restart-API und auch in eurem weiterhin laufenden Spiel würden die dann restartet werden und vielleicht funktioniert euer Skript danach wieder, wenn es nur ein kleiner Syntax-Error gewesen ist. Auf jeden Fall könnt ihr hier immer wieder dafür sorgen, dass wenn etwas nicht mehr funktioniert, durch einen Restart das Ganze wieder funktionsfähig gemacht wird. Und jetzt möchte ich euch kurz im mehr oder weniger Schnelldurchlauf zeigen, was diese Skripte eigentlich können, damit ihr euch überlegen könnt, ob es euch die Energie wert ist, die ihr da reinstecken müsst, um sie zu beherrschen und sie für eure Spiele verwenden zu können. Ganz kurz zu API-Skripten. Sie funktionieren normalerweise immer gleich. Ihr gebt am Anfang ein Ausrufezeichen an, dann den Namen des Skriptes. Sagen wir jetzt mal Teleport. Dann wollt ihr das Menü davon bekommen. Dann macht ihr also ein Leerzeichen, Minus, Minus und gebt hier Menü ein. Das kann sein, dass das von Skript zu Skript unterschiedlich ist. Mal ist es dann irgendwie Admin oder mal ist es Help oder sonst etwas, aber eigentlich funktionieren die immer gleich. Das ist sozusagen die Standardeinstellung, auf die sich die Programmierer dieser Skripte geeinigt haben. Aber das muss nicht immer der Fall sein. Es kann auch sein, dass sie es euch noch einfacher machen und euch gar nicht zwingen, erst einmal schon einen ersten Befehl zu kennen, wenn ihr reingeht, sondern sie legen euch zum Beispiel Characters an oder Handouts, auf die ihr ganz einfach gehen könnt, worin ihr dann die verschiedenen Optionen nachlesen könnt, die das jeweilige Skript euch bietet. Um die DoorKnocker API verwenden zu können, findet ihr hier im Notizbuch diesen Charakter DoorKnocker UI. Wenn ihr da einmal drauf geht, dann kriegt ihr darin auch die Befehle vorgeschrieben, die ihr verwenden könnt, um diese API verwenden zu können. Die DoorKnocker API löst ein großes Problem von WorldFriendly. Und zwar ist es bis jetzt so, dass wenn ihr Dynamic Lighting verwendet und ihr Wände zieht im Dynamic Lighting Layer, diese Wände undurchsichtig werden und ihr könnt noch einstellen, dass die Spieler nicht hindurchlaufen können. Möglicherweise wollt ihr aber, dass die Spieler durch diese Wände durchsehen können, weil es Fenster sind oder weil es unsichtbare Kuppeln oder sonst etwas sind. Dieses Problem könnt ihr mit der API problemlos lösen, indem ihr dieses Feature einfach einfügt. Außerdem kann die DoorKnocker API auch unsichtbare Türen erstellen. Sie kann dafür sorgen, dass die Spieler in der Lage sind, Türen selbst zu öffnen, indem sie sie sozusagen an- oder ausmachen. Sie ist auch in der Lage, den Spielern eine Option zu geben, dass sie unsichtbare Türen suchen und finden können. Und dafür müsst ihr jedes Mal einfach nur diesen Token aufs Spielfeld bringen, dort, wo die Spieler in der Lage sein sollen, das selbst zu machen. Sie kümmert sich also sowohl um das Problem, dass die Spieler selbst in der Lage sind, Türen auf und zu zu machen, Fenster auf und zu zu machen, diese Wände dadurch durchschreitbar zu machen, als auch viele andere visuelle Effekte damit ausgewirkt werden können. Und man kann damit so etwas wie Magie entdecken, vernünftig darstellen, weil die Spieler dann einfach sagen können, an der Stelle möchte ich es gerne machen. Und wenn sie auf die Art und Weise eine Geheimtür finden sollen, dann geht das auch. Wie das Ganze aussieht, findet ihr im Video zur DoorKnocker API, die oben in der Playlist eingeblendet ist. Es kann sein, dass die DoorKnocker API in einigen Wochen oder Monaten, oder wenn ihr dieses Video seht, möglicherweise bereits obsolet geworden ist. Denn Roll20 hat angekündigt, dieses Video nehme ich gerade am 26.02.2022 auf, dass es in der Lage sein wird, diese Hürden zu überwinden, die das Programm bietet. Denn, wie gesagt, jetzt gerade gibt es nur Wände, aber Roll20 will selbst auch in der Lage sein, durchsichtige Wände oder Barrieren zu erschaffen, die nicht durchschritten werden können und all diese Dinge reinzubauen, die in anderen VTTs bereits vorhanden sind. Ich drücke auf jeden Fall fest die Daumen, dass das der Fall sein wird, damit man diese API gar nicht mehr verwendet und das Ganze noch benutzerfreundlicher wird. Denn, seien wir mal ehrlich, Roll20 hängt, was das angeht, echt ein bisschen hinterher. Das nächste nützliche Skript, das ich euch zeigen möchte, ist Teleport. Auch zu Teleport findet ihr da oben ein Video, wenn ihr euch anschauen wollt, wie das Ganze funktioniert. Für Teleport ist auch hier ein Handout angelegt worden, in dem ihr alle Befehle, die Teleport so beherrscht, ganz einfach auslesen könnt, um sie dann einzugeben. Ihr seht dieses Menü, das dann eingeblendet wird. So etwas entweder als Character oder als Menü im Chat gibt es nahezu für jedes dieser Skripte, in denen dann erklärt wird, wie das Ganze funktioniert. Hier seht ihr jetzt also, was kann das Ganze? Man kann Teleport-Pads erstellen. Das bedeutet, ihr legt irgendwo einen Token hin, den klickt ihr an, geht dann auf Create Teleport Pad und dann wird das zum Teleport Pad. Und dann gibt es sozusagen immer die Möglichkeit, diese als A und B zu titulieren oder sonst wie von X nach Y. Und dann ist für die API klar, wenn der Spieler auf diesen Token drauf geht und der kann auch im GM-Layer liegen, sodass die Spieler gar nicht sehen, dass es den dort gibt, kann dieser Spieler von da zum anderen Token rüber teleportiert werden. Das Schöne ist, das Ganze funktioniert nicht nur auf einer Karte, was also bedeutet, man kann tolle Fallen bauen, die die Spieler zurück zum Anfang eines Dungeons bringen oder Labyrinthe, bei denen sie so etwas wie Portale betreten müssen, die ihr irgendwo hinsetzen könnt. Und sie werden dann von A nach B durch das Labyrinth durchgesetzt und ihr müsst das Ganze nur mit Dynamic Lighting vernünftig durchsetzen, sodass sie nicht sehen können, was da oder da ist. Das Skript ist auch in der Lage, Spieler von der einen Page auf die andere zu transportieren. Das bedeutet also, nicht nur auf einer Page arbeiten zu können, sondern wenn ihr die Page-Tool bearbeitet und ihr wollt, dass sie von der einen Karte zur nächsten teleportiert werden, geht auch das dafür. Müsst ihr also nur auf der anderen Seite einen Token mit dem gleichen Namen, also praktisch einen Charakter erstellen, reinziehen ins Spiel, auf die andere Karte auch reinziehen ins Spiel, reinsetzen und dann wird der Spieler, dieser Token wird üblicherweise irgendwo auf dem Spiel gelagert, ist auch völlig egal wo, der kann auch ruhig im GM-Layer sein, der wird dann auf dieser Karte dahin gesetzt, wo das zweite Portal ist. Das bedeutet also auch, dass ihr Städte erstellen könnt, in denen die Spieler dann zu bestimmten Orten gehen können, indem sie einfach ihre Spielfiguren auf ein Gebäude ziehen und von diesem Gebäude aus sehen sie dann eine neue Karte, die sich öffnet und die Gruppe wird automatisch gesplittet. Wenn dann mehrere Spieler wieder auf die gleiche Karte zurückgehen, werden sie auch wieder zusammengezogen oder ihr macht das wie sonst auch, indem ihr das Banner einfach verschiebt. Aber so könnt ihr ganz tolle Effekte erschaffen, indem eure Spieler viel autarker agieren können und ihr viel weniger darauf achten müsst, was sie da machen oder sie einfach von selbst in Fallen gehen. Gerade dann, wenn eure Spieler dazu tendieren, erstmal durch den ganzen Dungeon durchzurennen, wie verrückt, als wäre das ganze Point-and-Click-Adventure, könnt ihr da Einhalt bieten, indem ihr ihnen eine Chance gebt, auf die Art und Weise mal in eine Falle zu geraten und sie dann merken werden, vielleicht muss ich doch ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich meine Figur von A nach B bewegen möchte. Das dritte Skript, das ich euch zeigen möchte, ist der Roll20 Audio Master. Auch der hat ein Handout hier und hier kriegt ihr eine Erklärung des ganzen Syntax, was das Programm eigentlich kann. Im Großen und Ganzen ist der Sinn des Roll20 Audio Masters, euch einen Zugriff, einen Vollzugriff über den Chat zu geben auf das Ding hier. In der Jukebox könnt ihr Playlists hinzufügen und diese Playlist, die kann Roll20 AM abgreifen. Das bedeutet also, wenn ihr das mit verschiedenen anderen Skripten kombinieren wollt, könntet ihr zum Beispiel sagen, wenn ihr die API It's a Trap verwenden wollt, die in diesem Video heute noch nicht vorgestellt wird, die also genau dafür ist, Fallen aufzustellen, dann könnt ihr dafür sorgen, dass eine bestimmte Musik abgespielt wird, wenn die Spiele einen bestimmten Bereich betreten, zum Beispiel das Öffnen einer Tür oder einer Fallklappe oder aber auch ganz andere fiese Geräusche von Säure oder Feuer oder sonstigen Dingen, die euch so belieben. Was ganz schön am Audio Master ist, es gibt bestimmte Dinge, die die Spieler selbst lenken können mit Hilfe des Skripts und andere, die nur die Spielleiter lenken können. Und das kann alles Mögliche sein. Es kann sein, die Lautstärke hoch oder runter zu regeln, bestimmte Lieder aus einer Playlist auszuwählen, Lieder zu loopen oder nur einmal abzuspielen oder nur eine bestimmte Anzahl von Malen abzuspielen, wenn ihr zum Beispiel ein Klopfrätsel oder so etwas erstellen wollt. Und diese ganzen Befehle seht ihr hier einmal im Basissyntax. Das sind also die Dinge, die praktisch jeder erst einmal abrufen kann. Wie ihr hier seht, es können Lieder gesprungen, geloopt, geschaffelt werden. Es kann völlig zufällig kommen oder bestimmte Dinge gleichzeitig abgespielt werden. Es kann mit Verzögerung abgespielt werden. Ihr könnt Sachen anhalten auf leichte Art und Weise. Ihr könnt bestimmte Dinge oder Tracks ignorieren oder Verzögerungen da reinbringen. Und für den Spielleiter selbst, er ist auch in der Lage, die Lautstärke hoch und runter zu regeln, Musik zu ignorieren, auszufaden und viele, viele andere Dinge, sie zu stoppen, je nachdem, wie ihr das Ganze gebrauchen könnt. Das geht mit einzelnen Liedern oder mit ganzen Playlists. Diese Lieder müssen aber wie gesagt auch in Playlists liegen. Und ihr könnt sogar diese Playlists auf die Art und Weise hier editieren, wenn ihr wollt oder bestimmte Dinge einfach wieder zurückgängig machen. Das Ganze ist relativ mächtig und greift sozusagen alle Möglichkeiten der Jukebox ab, die es so gibt. Und damit kommen wir zu den letzten beiden für dieses Video, TokenMod und ChatSetAttributes. Und das sind sozusagen die mächtigsten API-Skripte, die es überhaupt gibt. Sie sind deswegen aber auch am schwersten zu verstehen, weil sie einfach so unendlich viele Befehle ermöglichen. Öffnen wir das Handout für TokenMod, fällt hier möglicherweise schon auf. Das Ding ist sehr klein. Ihr seht, alles das sind verschiedene Befehle, die TokenMod für euch abrufen kann. Was steckt da im Großen und Ganzen hinter? Ich könnte eine ganze Reihe aus TokenMod selbst machen, aber im Grunde ist das, was TokenMod macht, euch Befehle zu geben, mit denen ihr Token modifizieren könnt. Das heißt also Bilddateien, die hier irgendwo drauf sind, die ihr ja anklicken könnt, die dann diese drei Bars drüber haben. Und ihr könnt praktisch alles, was so ein Token betrifft, unmittelbar über TokenMod steuern. ChatSetAttributes kann das in vielen Bereichen auch. Diese beiden Skripte, die überschneiden sich an einigen Stellen. Aber im Grunde der Schwerpunkt von TokenMod liegt auf dem Token selbst. Das heißt, ihr seid in der Lage, über TokenMod Dynamic Lighting zu steuern, an- und auszumachen, die Sicht hoch und runter zu dimmen. Ihr könnt Werte in den Bars da oben verändern. Ihr könnt die Zuweisung von Charakteren verändern. Ihr könnt die Optik von Charakteren verändern. Ihr könnt sie größer und kleiner machen, was zum Beispiel dann sehr cool ist, wenn ihr Shapeshifting betreiben wollt, weil ein Charakter dann auf die Art und Weise, wenn es sich um eine Zufallstabelle handelt, einfach von der einen Seite auf die andere mit einem Befehl umgeändert werden kann. Ihr könnt gleichzeitig FX-Effekte abspielen, die dafür sorgen, dass das Ganze auch ein bisschen fancy aussieht mit Lichteffekten und allem drum und dran. Ihr könnt dafür sorgen, dass die Werte in den Bars sich oben verändern, weil möglicherweise der Werwolf als Mensch schwächer ist als in seiner Werwolf-Gestalt. Und ihr könnt jede Menge andere Dinge auch noch mit überarbeiten, mit ganz einfachen Makros, mit Einklicklösungen. Was also bedeutet, im Spiel geht das Ganze viel schneller. Und das hin und zurück, während ihr sonst einen Rechtsklick auf den Token machen müsstet, erst einmal auf die Zufallseite gehen müsstet. Ihr müsstet einen FX-Effekt hier irgendwo rauswählen, der gleichzeitig noch gespielt werden soll, was schwer zu, naja, nahezu unmöglich zu timen ist. Gleichzeitig müsst ihr ihn auch noch größer und kleiner schneiden. Ihr müsstet in den Werten die Bars hier oben verändern. Alles das könnt ihr in ein einziges Makro reinpacken mit Tokenbot. Und da gibt es halt unendlich viele Möglichkeiten, kreativ zu werden, weil es euch einfach die Möglichkeit bietet, mit Makros alles gleichzeitig zu starten, was ihr möglicherweise sonst in vielen Schritten machen müsstet. Das ist also eine riesen Rettungshilfe für eure Immersion, wenn ihr komplexe Sachen ausführen wollt. Und dann lohnt es sich auch durchaus, die Zeit zu investieren, um sich diese einzelnen Befehle beizubringen. Denn im Großen und Ganzen sind sie eigentlich immer gleich. Das Ganze geht, wie schon angekündigt, mit Ausrufezeichen, Token, Minus, Mod, Los, Leerzeichen und dann Minus, Minus. Und hier sind die verschiedenen Grundbefehle, nenne ich das Ganze jetzt mal. Help gibt euch die Möglichkeit im Chat, alle möglichen Befehle, die jetzt hier auch aufgelistet sind, einmal einzusehen. Mit Ignore Selected, ihr müsst an der Stelle einfach bedenken, die meisten Skripte sind so ausgelegt, dass der Selected Token, also der, den ihr gerade aktiv angeklickt habt, davon betroffen ist. Wenn ihr das auf Ignore Selected geht, dann könnt ihr sozusagen auch mit Hilfe der Token-ID, die ist bei jedem einzelnen Token einzeln und unikal, dafür sorgen, dass dieser, egal was ihr gerade angeklickt habt, ein bestimmter Token diese Aktionen durchführt. Und das ist dann ganz schön, wenn ihr mit Fallen oder so etwas arbeiten wollt und ja gerade vielleicht in Spiele angeklickt ist oder so etwas. Dafür ist Ignore Selected. Current Page bedeutet also, dass etwas auf der aktuellen Seite passieren soll. Ihr könnt aber auch auf eine aktive Seite gehen, wenn ein anderer Spieler irgendwo sonst... Eine Ewigkeit später. Ihr müsst bei diesem Skript wissen, es kostet euch am Anfang einiges an Zeit. Also ich würde selbst von mir behaupten, ich habe wahrscheinlich eine Stunde dran gesessen, bis ich so nach und nach alle Befehle ausprobiert hatte und nochmal eine Stunde, bis ich in der Lage war, sie so zu kombinieren, wie ich das haben wollte. Um das Ganze möglicherweise noch ein bisschen griffiger zu machen, habe ich jetzt einfach mal den Tornocker-UI hier rausgezogen, zu einem Token gemacht und ihr könntet jetzt also zum Beispiel all diese Werte hier verändern, sowohl in der normalen Bar als auch in der Max-Bar. Das heißt also, wenn wir einen Doppelklick drauf machen, sowohl den Wert als auch den. Ihr könnt Attribute neu zuordnen. Ihr könnt hier andere Charaktere zuweisen, wenn sich da was ändern soll, wenn wir so eine Körper-Switch-Folge haben sollten. Ihr könnt Namen verändern. Ihr könnt Färbungseffekte verändern. Ihr könnt die Tooltip hier verändern und andere Sachen da reinschreiben lassen. Ihr könnt die Bars hier umgestalten, wenn ihr wollt. Ihr könnt Auren an- und ausschalten, die Farben verändern, die Größe des Zirkels auf Square setzen bzw. den Radius verändern. Ihr könnt in die ESL-Notiz irgendwas anderes reinschreiben. Ihr könnt die komplette dynamische Beleuchtung hoch und runter an- und ausfahren, wie ihr wollt. Hoch regulieren, runter regulieren und das Ganze auch mit verschiedenen Effekten versehen. Und das Ganze betrifft nicht nur solche Token, sondern wie gesagt auch Zufallstabellen. Wenn ihr also hier in der Makro-Bar und Kartenspiele und Zufallstabellen seid, könnt ihr Kartenspiele und Zufallstabellen darüber auch ansteuern und so mehrseitige Token relativ einfach verwenden. Was ihr auch machen könnt, ist, wenn ihr einen Rechtsklick auf einen Token macht, all die Sachen, die ihr hier sehen könnt, verändern. Ihr könnt die Ebenen austauschen, also die Token auch darüber in verschiedene Ebenen hin und her schieben. Und ihr könnt auch hier unten die Statusbar verändern. Ihr könnt also hier regulieren, welche Stati an- oder aus sind, wie oft sie da sind. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt Red setzen und drückt noch auf die 9 auf dem Nummernfeld, dann haben wir jetzt also 9 mal den Roten. Und wenn ihr so runterzählen wollt, weil sie so viele Stati haben oder sie haben so viele Pfeile oder Bomben oder Granaten dabei, dann könnt ihr auch über einen ganz einfachen Befehl das hoch- und runterregulieren, was übrigens auch ziemlich gut die MOAPI kann, aber dies auch was für ein anderes Video. Chat-Set-Attribute hat, wie ihr schon gesehen habt, hier kein eigenes Handout oder kein Charakter, aber im Grunde ist es eigentlich sozusagen das, was Token-Mod nicht kann, und zwar alles über den Chat unmittelbar anzusteuern. Und wie es schon heißt, Chat-Set-Attributes, heißt aus dem Chat können Settings verändert werden, also hoch, runter oder sonst wie verändert werden, in den Attributen. Das heißt, während wir hier jetzt ganz normal einfach nur alles im Token bearbeiten können, kann Chat-Set-Attributes in Characters alles verändern. Und das ist natürlich gerade dann in Kombination sehr cool, wenn ihr wollt, dass solche Dinge entstehen, wie der eine Charakter würfelt auf einen Angriff, das Ganze soll abgeglichen werden gegen einen AC von einem anderen Charakter, dann wird also der Treffer automatisch ermittelt, der Schaden wird reguliert und dieser Schaden wird automatisch vom anderen Charakter abgezogen. Das können die Skripte in abgewandelter Variante theoretisch auch selbst. Hier würde ich noch empfehlen, Power-Cards mit dazu zu nehmen. Das ist nochmal ein anderes API-Skript, das dann aber in der Lage ist, all diese Befehle vernünftig hintereinander zu feuern. Mit diesen Sachen könnt ihr das aber im Grunde auch mit ein oder zwei Makros relativ einfach überbrücken und genau solche Effekte erzeugen, die vielen Spielern dann doch sehr viel wert sind, weil es einfach doch noch mehr Zeit spart und Kämpfe ultra beschleunigen kann. Um besser zu verstehen, was Chat-Set-Attributes eigentlich alles kann, zeige ich euch erst einmal einen Konfigurationsbefehl vorab. Und zwar ist der Ausrufezeichen set-attributes-config. Was ihr hier sehen könnt, ist sozusagen das Konfigurationsmenü in der Oberfläche. Sollen die Spieler in der Lage sein, selbst mit diesem API-Skript zu arbeiten oder nicht? Oder sollen nur einzelne Spieler es verwenden können oder nicht? Das könnt ihr mithilfe dieser Befehle hier oben eingeben oder über die Toggle-Funktion für alle an und aus. Das heißt, ihr könnt auf die Art und Weise Spielern die Möglichkeit geben, ihre Munition selbst zu verwalten oder ihre Lebenspunkte hoch und runter zu verwalten. Wenn ihr bei einzelnen Spielern sagt, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob der damit vernünftig umgeht, dann könnt ihr das für den übernehmen und ihm diese Option nehmen. Und ihr könnt hier unten auch die Möglichkeit geben, dass Spieler an bestimmten Skripten mitarbeiten, wenn ihr das an- oder aushaben wollt. Um die verschiedenen Befehle uns anzuschauen, gehen wir einmal zurück in unsere Script-Library. Hier sind wir für Chat-Set-Attributes und hier steht eigentlich das Große und Ganze drin. Wir können jetzt hier also einmal die Möglichkeit verwenden, Attribute zu setzen oder sie wieder zu löschen. Wir haben die Möglichkeit, dass es entweder bei allen Charakteren gemacht wird, bei allen vom Game Master kontrollierten Charakteren, also die, auf die die Spieler keinen Zugriff haben. Wir haben die Möglichkeit, die Character-ID anzusteuern, also einen speziellen Charakter oder über den Namen eines Charakters oder Monsters zu gehen oder einfach den Selected zu nehmen, also der, der jetzt gerade angeklickt ist. Auch bei Chat-Set-Attributes ist es im Grunde so, guckt euch das Ganze erstmal in Ruhe an. Wenn ihr Token-Mod bereits gemeistert habt, werdet ihr Chat-Set-Attributes deutlich schneller lernen, sonst auch hier würde ich wieder sagen, eine Stunde zum Kennenlernen und eine Stunde, um es dann wirklich durchdrungen zu haben. Die Zeit solltet ihr investieren. Gerade die letzten beiden Skripte kann ich euch absolut nur nahelegen. Wenn ihr viel spielt und zukünftig auch weiterhin viel spielen wollt online oder aber auch ihr das Ganze in so einer Art Tisch-Mix-Runde verwenden wollt, also ihr Road20 zum Beispiel von Würfeln von großen Gegnergruppen verwenden wollt, dann ist das hier absolut Gold wert. Und jede Minute, die ihr da rein investiert, ist auf jeden Fall eine richtig investierte Minute. Das sind die beiden mächtigsten und ihr werdet auch in Zukunft noch weitere mächtige API-Skripte sehen, die ich euch zeigen werde, aber an diesen beiden führt eigentlich nichts vorbei, wenn ihr euch wirklich schwerpunktmäßig damit auseinandersetzen wollt. Wenn ihr sagt, das ist mir viel, viel zu kompliziert, dann werdet ihr noch einige andere API-Skripte kennenlernen, die Dinge deutlich vereinfachen. Also zum Beispiel die MO-API, die in der Lage ist, auch Attribute zu verändern, wie Chat-Set-Attributes, aber im Grunde nur dafür gemacht ist, Sachen hoch- oder runterzuzählen oder festzusetzen. Wenn ihr also sagt, das ist mir wichtig, aber die vielen anderen Dinge, die das Ganze kann, da kann ich einfacher einen Klick auf meinen Charakter machen, das eben selbst verändern, bevor ich mir beibringe, wie diese komplexe API funktioniert, kann ich das absolut nachvollziehen. Schaut also in den nächsten Folgen rein, wenn es auch um weitere coole API-Skripte gehen wird, die euch die Arbeit leichter machen sollen und dafür sorgen sollen, dass ihr Zeit spart, wenn ihr sie den erstmal beherrschen gelernt habt. Ich hoffe, das Ganze war für euch informativ. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und was mich wirklich sehr interessieren würde, ist, welche API-Skripte ihr möglicherweise bereits gemeistert habt, beziehungsweise häufig und viel verwendet und was ich auf jeden Fall mal in diesen Videos zeigen sollte. Schreibt mir das unten in die Kommentare. Und wie gesagt, bei vielen der Sachen, die ihr heute gesehen habt, gibt es bereits Videos, die ihr da oben euch anschauen könnt, bei denen ich ein bisschen damit rumgespielt habe und aus denen ihr euch möglicherweise Inspiration holen könnt. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, großartige Abenteuer und wir sehen uns im nächsten Video.